Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 27 qm. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 550 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.